Und damit ein herzliches Willkommen zurück aus dem Winterschlaf. Ich hoffe Ihnen geht es gut und Sie haben die News freie Zeit gut überstanden. Es gibt Neuigkeiten am Fußballhimmel, die wir gerne mit Ihnen teilen möchten. Kurt Keulek ist endlich zurück im Trainergeschehen. Lange war es ruhig um den Kulttrainer aus dem Pott doch nun ist er wieder zurück und will voll angreifen. Die Auszeit vom Fußball scheint ihm gut getan zu haben und er verbrachte viel Zeit mit Erholung und kreativen Dingen. Er nahm beispielsweise an einem Sandburgen-Turnier auf Sylt teil, wo er am Ende sogar Dritter wurde. Nur der vierjährige Clemens Justin und der sechsjährige Torben Klaus bauten die besseren Sandburgen. Hierbei erwähnen wir jetzt mal nicht dass nur vier Leute dran teilnahmen und einer davon noch absagte aufgrund einer Sandallergie. Des Weiteren hielt sich Keulek natürlich auch sportlich fit in der freien Zeit und enteckte eine neue sportliche Herausforderung für die Wintertage. Und zwar Skispringen. Keulek nutze seine Kontakte um direkt in Ischgl vor Live-TV an den Start zu gehen. Leider kam es nie zu seinem ersten Sprung, da naja, wie sag ich das jetzt am besten, es gab quasi Probleme für Keulek an den Start zu kommen, hier eine kurze Aufnahme. Aus dieser verketteten Frustration entfachte das Feuer einmal neu und für Keulek stand fest. Es ist wieder an der Zeit den Fußball auf links zu krempeln und mit einer neuen Mannschaft für Aufsehen zu sorgen. Keulek besuchte in seiner freien Zeit viele seiner besten Freunde. Er traf sich mit Lodar in München. Anschließend besuchte Keulek noch das Oktoberfest, weil es sich gerade so ergab. Danach nahm er den Flieger nach Italien, traf sich dort mit Zlatan für den Netflix-Abend, ehe er von dort aus den Flieger nach Florida nahm. Das Reiseziel erwies sich hier tatsächlich als Geschäftstermin. Keulek zu Inter Miami. Titel 10 bereits sämtlich Zeitungen. David Beckham war sehr interessiert am Kulttrainer und war überzeugt von seinen Fähigkeiten. Auch Keulek war angetan vom Projekt. Und ehe man Vollzug vermelden wollte, scheiterte es an Lionel Messi. Keulek wollte nur unterschreiben, wenn Messi sofort den Verein verlässt und Cristiano Ronaldo dafür geholt wird, der Gott. Beckham zögerte, lehnte aber dann ab. Alles schien fix aber Messi versaute die Unterschrift des Erfolgsgarants aus dem Pott. Dennoch blieb der Tanz für Keuleks neuen Verein nicht lange kalt. Die Spur führte zurück nach Italien. Denn es tauchte ein Foto mit einer italienischen Legende und Keulek auf, was erneut für Spekulationen sorgte. Gigi Buffon postete dieses Foto auf StudiVZ und das Internet ging steil. Keulek wird neuer Trainer von Parma Calcio. Die Fans des Zweitligisten feierten diese Unterschrift bis in die frühen Morgenstunden. Sehr zum Leidwesen dieser gab es diese Unterschrift nie. Keulek lehnte ab, weil ihm die Aufgabe wohl nicht reizvoll genug erschien, sehr schade für die Italiener. Und dann überschlugen sich die Ereignisse. Keulek unterschreibt erneut in Deutschland? Ein Insider ist sich sicher, dass das Treffen in München nicht nur des Urlaubs geschuldet war, sondern Keulek wegen Verhandlungen vor Ort gewesen ist. Eigentlich ein Widerspruch, da Keulek bekräftigte nach Chemie Leipzig erst einmal Abstand von Deutschland zu nehmen. Nun unterschreibt er doch wieder dort? Irgendwas passte da nicht. Auf die Nachfrage, ob der Insider recht habe, entgegnete uns Keulek mit. Ja, er hat recht. Keulek bricht sein Wort und unterschreibt erneut bei einem deutschen Klub. Und Fußball Deutschland steht Kopf. Was machte Keulek in München? Wieso war er wirklich da? Wenige Stunden später meldete der neue Verein den Vollzug. Und diesmal ist es wirklich fix. Kurt Keulek unterschreibt. Nicht in Deutschland. Er führte die Presse einmal mehr an der Nase herum. Ja, da guckt ihr blöd, oder? Ich hab gesagt, der Insider hat recht, dass ich nicht nur für Urlaubszwecke in Deutschland war, sondern für Verhandlungen, aber nicht, dass ich in Deutschland unterschreibe, das ist ein gewaltiger Unterschied, du Bulettenkönigin. Anhand meines neuen Vereins kannst du dir selber ausmalen, wie das Ganze abgelaufen sein muss. Und am Ende ließ man sich von den offensichtlichen Dingen ablenken. Ja, Keulek war in München und ja, auch dort fanden die Verhandlungen statt. Allerdings nicht beim Treffen mit Lothar Matthäus, sondern auf dem Oktoberfest im Bierzelt, da dort niemand ein Vertragsgespräch ahnen würde, was gut geklappt hat. Roy Markay war von Anfang an der Mittelsmann, den man auf Keulek angesetzt hatte. Und nun können wir es verkünden. Kurt Keulek zieht es zum allerersten Mal in seiner Karriere nach Spanien. Und dann auch noch direkt in die dritte Liga. Deportivo La Coronia sichert sich die Dienste des Trainer des Jahres 2022-23. Roy Markay war hier die tragende Säule und konnte Keulek nach einem intensiven Gespräch von der Aufgabe überzeugen. Der mittlerweile spanische Drittligist hat sehr mit seiner Entwicklung zu kämpfen und befindet sich gefühlt im freien Fall. Kreulek soll diesen Fall aufhalten und die Herculinos endlich wieder zu altem Glanze verhelfen. Der Klub wurde am 2. März 1906 gegründet. 1993 qualifizierte sich Deport erstmals für einen internationalen Wettbewerb. 1995 gewann das Team den spanischen Pokal, im Jahr 2002 gelang dies erneut. Den ersten und bislang einzigen spanischen Meistertitel konnte man 2000 feiern, 1995, 2000 und 2002 wurde der spanische Supercup gewonnen. 2003 wurde Roy Markay, der seit 1999 für den Klub spielte, für die vereinsinterne Rekordsumme von 18,7 Millionen Euro Ablöse an den FC Bayern München verkauft. In der Champions League Saison 2002-03 hatte er alle drei Treffer bei Deportivos überraschendem 3 zu 2 Sieg in München erzielt. 2011 begann der langsame Abstieg des Vereins, heute finden wir uns im Liga 3 wieder, eine Story die Keulek anfickste. Er will die Anfang 2000er zurückbringen darum bat ihn auch Markay der den Herculinos eine Menge zu verdanken hatte. Ob Keulek der ja bekannt dafür ist ein Faible für Vereine mit einer gewissen Background-Story zu haben der richtige ist? Keulek hat noch nicht so viel Erfolg im Ausland zu verbuchen. In Frankreich ähnlich erfolgreich wie bei seinen Stationen in Deutschland in England dagegen folgte zweimal ein vorzeitiges Aus, wegen Überforderung. Eines ist aber sicher Keulek brennt, sein Akku sollte voll sein, sein Kopf frei und die Motivation grenzenlos. Hola, me llamo Kurt Grojek y me alegro de estar aquí. Danke für den freundlichen Empfang am Bahnhof, ich kann es kaum abwarten die Mannschaft zu treffen und endlich loszulegen. Auf uns wartet eine Menge Arbeit. Ich habe hier unterschrieben, weil ich von dem Projekt überzeugt bin und die Geschichte des Vereins für mich sehr reizvoll ist. Ich will den Verein wieder in glorreiche Zeiten katapultieren und hoffe es ziehen alle mit, denn ohne das wird das Ganze nicht funktionieren, das sage ich gleich. Es freut mich, dass ich meinen Trainerstab selber gestalten darf und nicht wie bei anderen Vereinen alles übernommen werden muss, nur so kann man einen Neuanfang starten. Und wo wir beim Thema neu sind, das ist meine erste Station in Spanien als Trainer, auch ich muss mich erst einmal eingewöhnen, aber wenn ich das Vertrauen von den Verantwortlichen sowie Fans bekomme, bin ich zuversichtlich, dass ich das Umfeld mitreißen kann. Ich habe eine längere Trainerpause hinter mir. Mein Sohn Kevin hat vorerst seine Karriere an den Nagel gehangen, da er die Weiber für sich entdeckt hat. Da er dadurch aber weniger zu Hause ist, hatte ich eine Menge Zeit nachzudenken und bin zu dem Entschluss gekommen, neues Land, neue Taktik. Ich werde mir jetzt erstmal ein Bild von den Gegebenheiten im Verein machen und werde dann bereits anfangen, Dinge umzugestalten, um möglichst schnell die besten Voraussetzungen für unsere Ziele zu schaffen. Ein neuer Kurt Kreulek? Es scheint das Gerücht rumzugehen, dass Kurt Kreulek tatsächlich plant, eine Dreierkette spielen zu lassen mit Doppelspitze und einem Zehner dahinter, das Ganze abgesichert durch einen Achter sowie Sexer. Tedesco wäre stolz über diese Analyse. Kreulek verschaffte sich in den ersten zwei Tagen erst einmal einen Überblick über die Gesamtsituation und kam als erstes zum Entschluss, einen deutschen Co-Trainer zu installieren. Und Kreulek wurde schnell fündig in Form von Permertesacker. Per soll Kurt dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen und mit Rat zur Seite zu stehen. Die Gegebenheiten des aktuellen Kaders scheinen nicht aussichtslos, stellte Kreulek fest, auch wenn dieser sich verwundert zeigte wieso der beste Spieler vor Amtsantritt verliehen wurde. Eines wurde aber relativ schnell klar. Keine Abgänge im Sommer. Plan war es sich in jedem Mannschaftsabteil einmal zu verstärken da der Kader nicht mehr der jüngste ist. Gleich neun Spieler sind über 30, fünf davon weit drüber. Erfahrung hat der Kader definitiv aber kaum Zukunftsperspektive, da ebenfalls einige derer Verträge auslaufen und man zur aktuellen Situation unsicher ist diese zu verlängern. Für die Dreierkette brauchte Kreulek definitiv einen Chef da hinten drin, den gab der Kader nicht her also handelte man und setzte direkt ein Ausrufezeichen für diese Saison. Javi Martínez zieht es zurück nach Spanien. Der 34-jährige Ex-Münchener unterschreibt für zwei Jahre. Satte 2,2 Millionen überwies man nach Katar um sich die Dienste des Spaniers zu sichern. Kreulek war es das wert da Javi genau der Spielertyp war der perfekt ins Profil gepasst hat. Dieser Transfer verschlung aber über die Hälfte des Transferbudgets und es gab noch einige Baustellen im Kader die Kreulek bis dato nicht wusste auszubessern. Und hier kam nun erneut Roy Markey ins Spiel. Der Holländer ließ seine Kontakte spielen und bescherte Kreulek gleich drei Neuverpflichtungen worüber der Trainer sehr froh war. Am Ende konnte man aber nur einen Spieler davon fest verpflichten die anderen beiden kommen per Laie zu den Herkulinos. Ablösefrei und fest verpflichtet wurde Damien van der Vaart von Ajax Amsterdam. Der 17-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt für drei Jahre und soll unter Kreulek den Schritt ins Profigeschäft schaffen. Aktuell ist dieser aber erstmal für die zweite Mannschaft vorgesehen. Beim zweiten Spieler ließ sich Kreulek überreden einem Ex-Spieler eine zweite Chance zu geben. Roy Markey beackerte Pierre van Heudonck und versprach seinem Sohn maximale Einsatzzeit und Vertrauen seitens Kreulek. Pierre willigte ein und auch Sydney. Der 24-jährige Büffel kommt für zwei Jahre per Laie nach Deportivo und soll den Sturm verstärken. Und auch der letzte Makai Kuh ist ein Name mit dem Roy in der Vergangenheit zusammengespielt hatte. Van Bommel. Roy überzeugte Marc van Bommel den AZ Altmaar für eine Laie zu begeistern. Was funktionierte, Kreulek sich aber extrem strecken musste. Der 18-jährige Ruben van Bommel wechselt für zwei Jahre per Laie zu den Herkulinos. Die Laiegebühr beträgt saftige 800.000 Euro für den linken Flankenspieler. Zeitgleich sicherte man sich aber bei beiden Spielern eine Kaufoption. Die für Sydney liegt bei ca. 1,8 Millionen Euro und die für Ruben bei stolzen 5,5 Millionen Euro. Ruben ist ein sehr vielversprechendes Talent, was die komplette linke Seite beackern kann. Beide Spieler sind für die erste Elf geplant. Aber auch Pierre van Heudonck zauberte noch jemanden aus dem Ärmel und ließ auch seine Kontakte spielen. Dennis Bergkamp wird neuer Amateur-Trainer der Herkulinos und verstärkt ebenfalls das Trainerteam um Kreulek. Blieb noch eine selbstgemachte Baustelle für die Kreulek nichts konnte, der 10er. Die Verantwortlichen verliehen die A-Lösung sehr zum Leidwesens-Kreuleks. Somit hat man aktuell nur einen gelernten Spielmacher im Team und dieser ist bereits 39 Jahre alt. Viel Geld war nicht mehr in den Kassen, aber fest stand man musste auf dieser Position noch einmal nachlegen, da man sonst einen Tanz auf der Rasierklinge wagen würde, was nicht im Interesse des Trainers lag. Auch hier wurde man zur Freude des Trainers noch einmal fündig. Heinz Mörschel verstärkt ebenfalls das Team um Trainer Kreulek. Der 25-Jährige kam schon ein wenig rum in der Fußballlandschaft, darunter auch viel in Deutschland. 350.000 Euro überwies man nach Ungarn, um sich die Dienste des Spielgestalters zu sichern. Mörschel hat genau die Qualitäten nach denen wir gesucht haben, er ist eine super Ergänzung zum aktuellen Spielermaterial und ich bin sehr froh, dass der Deal noch geklappt hat. Dank Räumakei haben wir eine souveräne Transferphase hingelegt zum Start und nein, wir werden jetzt nicht der FC Holland. Aber wenn einem solche Spieler von dieser Qualität angeboten werden, dann nimmt man diese selbstverständlich mit. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Spieler ein Team werden und meine Spielidee umgesetzt werden kann. Daran werden wir jetzt arbeiten. Ich bin positiv gestimmt, was die Zukunft angeht, aber es wird ein langer Weg. Auch gerade, wenn ich mir die Infrastruktur hier anschaue. Ich glaube nach 2007 stand hier alles still. Da hat der Verein einiges aufzuholen, aber auch das wird meine Aufgabe sein, hier alles auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir müssen einen Kaderwert schaffen für die Zukunft, wir müssen das Umfeld modernisieren, aber auch wieder attraktiver für Sponsoren werden. All das geht nicht von jetzt auf gleich und braucht Zeit. Aber mein Ziel ist es, dass dieser Verein bald wieder Champions League Luft schnuppern darf. Aber alles der Reihe nach. Wir wollen um den Aufstieg mitspielen, Relegation muss das Ziel sein. Wir müssen schnellstmöglich aus dieser Liga raus, ich hoffe die erste Transferphase trägt dazu bei, damit wir den Anfang in eine neue Ära einläuten können. Ich verabschiede mich, sonst komme ich zu spät zum ersten Mannschaftsabend. Na gut Freunde der gepflegten Unterhaltung, das Warten hat ein Ende, Kurt Krölek ist zurück und hofft wieder einmal auf ihren Support. Wird sich Krölek schnell an das neue Land gewöhnen können oder erlebt er sehr schnell sein blaues Wunder? Hat er es immer noch drauf oder hat die Auszeit Spuren hinterlassen? Finden wir es heraus mit der ersten Hinrunde bei Deportivo La Coronia. Daumen nach oben auf YouTube wäre ein Träumchen. Kuss und nun viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Dremelin im Zoo! Welcome back! Im allseits bekannten Wohnzimmer. 15 Minuten geballtes Kazala. Ich hoffe euch hat das gefallen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, das war ein bisschen so Storytelling, versteht ihr? Ich habe gesagt, ich bin Hobby-Booker bei der WWE, Fantasy-Booker. Ich darf aber da nicht in den Shows booken. Schön blöd. Ich fand die Story gut und am Ende Story gefinished. Das will ich hier lesen. Maximilian, deine Story ist doch erstmal zu Ende. Ich kann doch nicht jede Karriere die gleichen Spieler holen. Junge, vielleicht kommst du hier irgendwann in der Karriere mal an den Start. Kann ja passieren. Aber ich kann doch nicht immer die gleichen Leute holen. Ich habe ja schon hier den gleichen Grund mit Van Heudong, weil wir sonst keinen Stürmer bekommen hätten. Und surprise, Lucas Perez ist 34. Das ist doch okay für die Liga. Aber hier wird es schon schwierig. Es wäre halt, verwunderlich, wenn wir hier einen zweiten Cristiano Ronaldo hätten. Mitzalva Zivila. Also der Altersdurchschnitt ist halt schon echt... Ich habe halt hier Leute aufgrund... Ich habe mich dazu entschieden, dass wir eine Dreierkette mal spielen. Wir haben noch nie eine Dreierkette gespielt. Wir werden das probieren. Wir gehen mit einer Dreierkette rein. Ich brauche aber hier einen Leader hinten drin. Und den haben wir tatsächlich sehr, sehr smooth gefunden mit Javi Martinez. Achter Führungsqualität, ist sofort Captain im Team. Und ich denke, das ist ein absoluter Banger-Transfer. In Anbetracht hat er auch noch ZTM spielen könnte, wenn Not am Mann ist. Ja, ansonsten rausgeflogen sind tatsächlich unsere zu dem Zeitpunkt besten Spieler mit Mikel Balenciaga. Aber der kann halt gefühlt nur Linksverteidiger spielen. Das Gleiche geht für Paris Adot. Ist Außenverteidiger. Die brauchen wir halt dann nicht. Verkaufen kann ich die nicht, weil die gerade erst zum Verein gekommen sind. Unsere Nummer 1 ist verletzt. Ist gut. Neun Tage. Da muss der Alberto Sanchez das machen. Ich habe aber ein Angebot gemacht bei einem Hallenturnier für einen kanadischen Keeper, der auch Spanisch kann. Ein 18-Jähriger. Ob wir den kriegen, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber das ist das Team. Ihr seht, wir können nicht mehr großartig was, wir können gar nichts mehr machen, weil Van Heudonck nur eine Einjahresleihe ist. Und wenn wir den ziehen wollen, wenn der performt, dann brauchen wir irgendwoher 1,8 Millionen. Ne? Mit Van Bommel ist das eine andere Nummer. Der läuft erst nächstes Jahr aus. Aber 5,5 Millionen müssen wir auch erst mal einnehmen. Ja, das ist die Truppe. Merschel wird, denke ich, auf kurz oder lang, alleine auch wegen den Standards habe ich den geholt, kann halt super wichtig werden. Auf kurz oder lang wird der Stamm spielen. Ich wollte noch hier zum Start hier nicht so viel verändern, sondern erst mal so ein bisschen auf Eingespieltheit setzen. Und der war tatsächlich gut in der Vorbereitung. Also der war wirklich gut. Van der Faust 2. Mannschaft. Wir haben hier noch einen Vielversprechenden. Also der wird, denke ich mal, auch sehr, sehr zeitnah in die erste Mannschaft kommen. Aber wir lassen ihn erst mal hier spielen. Ja, und Damien braucht halt, ne? Ja, und der Verein dachte sich, ey, wir verleihen mal unseren besten Spieler. Hier hätten wir unseren Zehner gehabt. 1,5 Millionen Mark, wird 21 Jahre, dreieinhalb Sterne. Wird einfach verliehen. Wird einfach verliehen. Perfekt. Super. Das Scheiße ist das. Chat. Das maximale Scheiße. Den hätten wir richtig gut gebraucht. Kann alles spielen, ne? RM, LM, ZOM. Aber nein. Abbrechen kann ich nicht. Ne, hab ich nachgeguckt. No Chance. No Chance. Leider, leider. Äh, Prestige tatsächlich relativ gut für, äh, für dritte Liga. Ich meine, den Verein, den kennt man ja eigentlich, ne? 9-7. Damit kann man schon arbeiten. Ja, wie gesagt, Breaking News. Wer den Verein nicht kennt, beziehungsweise so ein bisschen die Story um den Verein, deswegen habe ich das in die Breaking News mit reingepackt. Äh, aber sehr, sehr viele wussten, äh, zwecks, äh, Deportivo Bescheid. Sehr, sehr krasser Abstieg gewesen, ne? Sehr, sehr krass. Also die waren damals jetzt nicht so nach Maß aller Dinge, aber schon nicht so schlecht, ne? Und irgendwie war das ein geiler Verein. Keine Ahnung. Alleine vielleicht kommt auch von dem Namen. Deportivo La Coruña, weiß ich nicht. Vielleicht der ist das wegen. Aber das ist der Stand. Ja. Wie bei Malaga. Malaga auch dritte Liga. Ja. Ich hab mich tatsächlich aber am Ende gegen Malaga entschieden und für Deportivo. Einfach, weil die Story hat mich mehr gereizt und Makai und so. Das war für mich ein bisschen einfacher zu erzählen. Einfach. Wie jetzt mit Malaga. Aber haut mal sehr, sehr gerne raus. Was sagt ihr von der Station? Auch gerne hier auf YouTube. Und für die Leute auf YouTube hier auch nochmal, die erste Saison wird in vier Videos gepackt werden. Also sprich die Hinrunde zwei Uploads und die Rückrunde zwei Uploads. Weil ich auf dem Zweitkanal den Algorithmus wieder ein bisschen triggern muss. Weil jetzt hier in unregelmäßigen Abständen was auf dem Kanal kam. So habt ihr aber gefühlt fast ein Daily Upload dann. Und ab der zweiten Saison wird es wieder so laufen wie normal. Hinrunde komplett, Rückrunde komplett, wer es im Stream verpasst habt. Immer bemüht vor den Streams dann auch die zu bringen, dass ihr euch auf YouTube up to date bringen könnt, wenn ihr im Stream mit dabei sein wollt. Was habe ich für Werte? Ich sage, wenn Gehalt 700 Euro ist, dann weiß ich nicht. Saisonziele, Relegation, Aufstieg. Relegation, Aufstieg. Wir sind auf jeden Fall auch Top 3 der Liga. Und wir waren schon Top 3 der Liga, bevor ich die Leute geholt habe. Zwei Sterne, 45er Gesamtbewertung. Zwei, hatte der letztes Jahr auch? Letztes Jahr war Dings, ne? Zweieinhalb Sterne. Was sagst du denn? Du bist besser geworden, Alter. Infrastruktur, Jungs, ist eine Vollkatastrophe. Das war aber zu erwarten. Infrastruktur ist nicht so gut. Fitnessparcours, immerhin schon auf vier. Aber das ist alles nicht so geil. Alle medizinische Abteilung. Ich meine, Schulungszentrum ist ja glaube ich immer bei eins, ne? Meine ich. Stadion können wir erstmal ein bisschen mit arbeiten. Mir war es jetzt nur erstmal wichtig, dass wir ein Bürogebäude ausbauen, dass wir einen Bau, so einen Baufuzzi da einstellen können. Dass wir die Ausbauten hier ein bisschen schneller oder beschleunigen können einfach. Deswegen einmal Bürogebäude ausgebaut, damit wir einen neuen Mitarbeiter ranschaffen können. Ist aber noch der... Das ist der 24er jetzt. Der 23er, war der nicht orange? War der nicht schwarz-orange? Makai habe ich nicht gefunden als Mitarbeiter, ne? Sonst hätte ich den natürlich eingestellt. Im Rhythmus kommen die Streams. Diese Woche auf jeden Fall Mittwoch, Sonntag, weil Freitag ich muss gerade ein paar Dinge machen. Da werdet ihr erst Ende März, denke ich, verstehen warum. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber ich bin Freitag wieder bei Sliwo in der Nacht mit online und wir werden Smackdown gucken. Aber geplant ist jetzt die Woche Mittwoch, Sonntag. Downloads sind gestartet. Dauert, Alter. Ist groß. Das Spiel war groß. Ich glaube 55 Gigabyte müsst ihr downloaden. Aber sehr geile Karriere, muss ich sagen. Die wird ja auch was gehen, ne? Einer hat gerade gesagt, der erste steigt noch auf, weil wir haben eine Relegationsrunde. So, also ich habe Ziel-Relegation. Wir haben tatsächlich nicht Ziel-Aufstieg, sondern Relegation kommen, ne? Wenn du alles installierst, sind es 95 sogar. Ja, mit den Zusatz-Patches, die jetzt schon da sind, ne? Dann die Installationsanleitung nehmen von Impact. Ich weiß nicht, ob das schon für den 24er. Bei mir kommt immer die Fehlermeldung. Äh, McAfee ist auch Schrott. Sag ich dir, wie es ist. Ich habe auch gekündigt und gelöscht. Bei McAfee musst du Dings ausstellen. Äh, Echtzeit-Scan. Stell den Echtzeit-Scan aus. Dann geht's. Ich glaube mittlerweile hat Windows doch eigene Dings, oder? Reicht das nicht? Was du da an Antiviren-Dinger hast? Und da könntest du zum Beispiel den Ordner einfach einstellen. Ja, ja, Echtzeit. Echtzeit-Scan deaktivieren bei McAfee. Dann geht's. Dann sind keine Probleme. Musst du daran denken, entweder du stellst den komplett aus. Weil wenn du den nur alle halbe Stunde ausstellst, musst du daran denken, wenn du das Spiel nächstes Mal wieder startest, dass du den vorher ausstellst. Denkst du daran nicht, haut der dir zwei Dateien raus und du kannst das Spiel nicht mehr starten. Und dann musst du die erst in dem Programm suchen, wo die sind, dass du die wieder wieder herstellen machst. Und da musst du trotzdem das Programm. Also ich würde es eigentlich, ich würde es komplett. Privatleben ist auch drin, da ist aber wie gesagt alles wie zum Start. Also hier ist jetzt nicht viel. Können mal Golf spielen gehen, aber hier ist noch nicht viel. Wir haben tatsächlich jetzt das erste Spiel. Primavera. Ich weiß gar nicht. Hatten wir hier nicht eine Auslosung gehabt? Also einmal der Vollständigkeit halber. Die Vorbereitung sah so aus. Ich habe mich ein bisschen blenden lassen, weil hier war erst ein Spiel drin, aber wir waren gar nicht in dem Pokal drin. Das war ein bisschen scheiße mit dem Trainingslager. Also habe ich hier auf Kampf nochmal einen Kurztrainingslager reingehauen. Wir haben hier 4-0 gewonnen. Wir haben hier 3-0 gewonnen. Und wir haben hier auch 3-0 gewonnen. Vorbereitung Sylt. Bisschen in der Heimat, weißt du? Taktik habe ich alles gemacht. Ja, keine Ahnung, ob das funktioniert. Da werden wir Step by Step wahrscheinlich immer mal gucken müssen, wie das Ganze so funktioniert. Spanisch bin ich gerade am lernen. Also in-game. So in real life nicht. Aber das ist der Stand. So, Friends. Also wie gesagt, die Baustellen sind ja unverkennbar. Das Ding ist auch ein Pfannbommel. Wird nur zu kaufen sein, wenn wir aufsteigen. Ansonsten wird das nicht realisierbar sein. Ist auch ganz klar. Bei Van Heudon kann man vielleicht ein bisschen gucken. Je nachdem, wie der performt. Aber ein Pfannbommel wird nur zu realisieren sein, wenn wir aufsteigen. Und Martin ist wie gesagt 34. Aber das ist genau das Profil, was wir brauchen. Nicht mehr der schnellste, aber Charakter überragend. So das passt. Das Einzige, was ich jetzt noch einmal machen muss, ist noch. Das habe ich noch nicht gemacht. Hier habe ich... Ja, guck mal. Also die Pyramide sieht echt gut aus. Geht auch direkt in die Anführerrolle. Aber Versprechen hatte ich noch nicht gemacht. Wo ist denn Balenciaga? Ja, Stammspieler. Bist du auch nicht mehr. Die haben halt alle in der Regel spielen. Der hat Stammspieler drin, der 39-Jährige. Mörscher langsam. Das passt. Von Bommel machen wir langsam ans Team. Der hat Stammspieler. Peres Stammplatz war klar. Und Van Heudon können wir das geben. Das können wir jetzt einmal kurz bei eben. Ich weiß, das ist immer ein bisschen lästig, aber damit wir möglichst schnell Vertrauen der Spieler kriegen. Aber Verträge sehen auch krass aus, Chad. Guck mal hier. Da läuft einfach alles aus. Aber ich habe keinen Bock dazu verlängern, ey. Ich will jetzt nicht... nicht, nicht verlängern. So bei Peres, da müssen wir überlegen. Aber gerade eher schwierig. Aber die sind halt auch alle... Wir müssen halt gucken, wo wir hinkommen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen jüngeres Team uns an den Mann holen, dass wir wieder Verkaufswert schaffen. Weil ansonsten ist das hier sehr dünner, Alter. Aber Ladies, ich würde sagen, wir gehen ins erste Spiel rein. Ihr könnt eine Wette machen fürs erste Spiel auf jeden Fall. Erste Spiel, Kurt Krölek, wettbewerbstechnisch. Sieg, Niederlage, unentschieden. Brennan Soppi hilft dir sofort. Ich habe auch ein paar Schalke-Referenzen mit in die Dings gebracht. Ich hoffe, euch haben die gefallen. Öffne Taktik. Also Taktik, einige wollen das immer sehen. Ich mache hier kein Hexenwerk raus. Ich habe jetzt einfach mal hier ein bisschen Grundlinie gehen. Flanken. Lass sie mal flach. Wobei, wir haben große Leute da, ne? Ich stelle halt mal auf 40. Wir probieren mal. Weil die Leute, die wir haben, sind groß vorne. Gerade mit Van Heudung. Der ist, glaube ich, 1,95. War der nicht sogar Sturmtank? Dann können wir Van Heudung eventuell auch Sturmtank stellen. Aber ansonsten habe ich hier nicht viel. Javi geht bei Standards mit nach vorne. Hier haben wir halt das übliche Stall gegen Dribbling. Da müssen wir ein bisschen gucken, wie sich das auswirkt bei so einem Mittelfeld. Ja, und offensiv habe ich jetzt einfach Flanken raus. So, oder kaum. Braucht er nicht. Auf der 10. Und Distanzschüsse reingemacht. Ich hoffe, das klappt. Laufwege so. Einige sagen, das bringt nur was für 3D-Spiel. Ich mache das trotzdem immer so, ne? Aber, ja. Das ist der Plan. Warte mal, Van Heudung hat... Ich mache Van Heudung mal Sturmtank. Wir setzen ihn mal als Sturmtank. Ja, und auf jeden Fall Kuss an Slivo, dass der mir gesagt hat, ich soll einfach eine neue Szene erstellen mit Spielaufzeichnung. Weil so die Quali halt wesentlich cleaner ist, ne? Nochmal auch gerade für die Aufnahmen. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Das 3D-Spiel wurde jetzt auch angepasst. Ist das so? Wurde 3D-Spiel angepasst? Äh, passt. Ne, wegen der Musik. Äh, aber die Parts kommen auf den Zweitkanal online. Wurde angepasst. Okay, wild. Dann könnten wir da vielleicht später auch heute mal reingucken. Wenn das angepasst worden ist, können wir da gerne mal reingucken. Klar, grafisch wird das kein Augenschmaus sein, aber aktuelle Kader drin. Ja, ab September. September-Patches draußen. Also September ist schon was her. So Winter-Transferphase ist nicht drin. Müsstest du selber machen. Sieht immer noch ein bisschen klumpig aus, aber deutlich besser als in den letzten Teilen. 3D? Ja, da können wir mal schauen. Äh, Hinrunde heute. Heute die Hinrunde. Und Sonntag die Rückrunde. Da müssen wir auch ein bisschen Chance geben, dass ich das noch schneiden kann, ne? Mal gelesen, das Dribbling einstellen. Bei einem Stürmer, der schon Dribbling ist, nichts bringt, beziehungsweise es eher schlecht auswirkt, weil er dann zu viel dribbelt, als generell den Spielertyp nicht nochmal individuell... Achso. Haben wir das drin gehabt bei Perez? Weil Heudong braucht auch nicht dribbeln. War das drin hier? Ja, tatsächlich. Ne, bei ihm nicht. Bei ihm nicht. Er hat Stahlgehen einfach nur. Dann speiern wir das nochmal. Weil er hat die Wette gesagt. 87 Prozent Sieg, 4 Prozent Niederlage. Die wollen die Quote mitnehmen und 10 Prozent auf Unentschieden. Ladies, ich würde sagen, wir gehen rein ins erste Spiel dieser Karriere. Und es fällt direkt der Torwart aus. Das ist auf jeden Fall eine süße Geschichte. Erste nicht direkt 3D, ne? Können wir in der Mitte der Saison mal... Oder Mitte der Hinrunde mal schauen. Na, mal müsste das gewinnen. Wir haben 40 plus, ne? Können wir auch viel sagen hier? Gut. Let's go, Chad. Let's go, let's go. Sidney van Heudong. Sidney, wer hat gesagt, es war ein Scheiß-Transfer, Alter. Voll viele haben das reingeschrieben. Warum macht ihr so? Wieso gebt ihr dem nicht eine zweite Chance? Wo haben wir den geholt? Bei Schalke? Ich weiß das gar nicht mehr. Da war der Kacke. Ich bin bei euch. Aber guckt ihn euch doch mal an, Chad. Der will direkt, dass wir aufsteigen. Und die Noten, die sehen hervorragend aus. Ruben van Bommel, 2,0. Schön. Und wir bringen hier direkt mal... Bei dem müssen wir auf jeden Fall ranführen, Chad. 20 Jahre. Spanier. Stabile Werte hier schon. Stabile 70er. Wenn der 2,3 Aufwertungen kriegt, dann ist er da. Den müssen wir auf jeden Fall ranführen. Gerade auch solche Spiele dafür nutzen. Van Heudong Fitness. Lassen wir noch ein bisschen drauf. Den Rest würde ich sagen, schieben wir erstmal. Oder wir bringen den Marshall, Chad. Marshall soll sie mal zeigen. Ganz klar besser, Alter. Van Heudong, Chad. Der holt doch die... Gut. Kaum ist der Abwehrchef raus. Kaum ist der draußen, Cassisto direkt. Haben wir wieder Kaminski eingewechselt. Aber immer ein Marshall. Gut. Van Heudong, Note mitnehmen und... Hier nehmen wir die Note mit. Entwarnung. Acht Tage, Chad. Ist okay. Van Heudong direkt gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Zack. Aber ja, auch wieder Vorlage, Chad. Salva Zivila. Unterschätzt den man nicht. Na, unterschätzt das man nicht. Kevin ist verletzt. Wer ist denn Kevin? Kevin Kröllig? Wer ist das? Chad, welcher Kevin? Ich kenne meinen Kader noch nicht. Welcher Kevin? Ah, der Kevin. Drei Wochen. Auch gar nicht so verkehrt, ne? Oder? Fleißig? Aber wenn er sich direkt verletzt, weiß Bescheid. Karriere doch nicht mehr. Boah, der darf sich nicht verletzen, Alter. Zweite Mannschaft muss natürlich auch ein bisschen performen, Chad, ne? Ist ganz klar. Ihr wisst das. Ich lege sehr großen Wert auf eine zweite Mannschaft. Appell an die Fans. Hat voll eingeschlagen. Acht Prozent höherer Besuch. Sehr gut. Dann sind wir doch da auf jeden Fall schon mal da. Simau. Ey, Simau. Ja, das ist nicht unser... Wobei, linkes Mittelfeld. Wir brauchen Geld, ne? Boah, 350 wäre schon saftig, Chad. Wir haben nicht viel, was wir verkaufen können, so wiederverkaufswert technisch. Und links sind wir halt echt gut aufgestellt. Weil wir können mal verhandeln. Ein bisschen Geld in der Kasse noch rein, dass hier wieder eine Eins steht, wäre nicht verkehrt. Ich hoffe, wir kriegen den Jugendkeeper da, ey. Ja, 500 wäre geil. 500 wäre geil. Julian Brandt ist, glaube ich, für keine Ahnung wie viel Millionen nach Barcelona gewechselt, glaube ich. Also Barca kauft hier richtig ein. Wie das geht, erschließt sie mir nicht, aber... Sotona Leverkusen. Boah, Stadion, Shit. Hab ich aber auch wieder Bock drauf. Stadion wird auf jeden Fall auch wieder ein Ziel sein, da hatte ich ein eigenes Bau. Hab Bock, so ein spanisches Stadion zu bauen. Irgendwie nur eine Tribüne überdacht oder sowas. Oh, wir können Mitarbeiter holen, Chad. Büro ist fertig, wir brauchen Bauleiter. Ja, let's go! Let's go! Wichtig! Wichtig, Chad! Und da haben wir unseren Keeper. Let's go! Abschläge auf Ralf Herrmann angelehnt. Let's go! Guter Mann, Konstanz 82. Diego Kochen. Und der kann Spanisch, Chad. Der war tatsächlich bei diesem Hallenturnier am Start. Barcelona, Jungs. Komm rüber. Geil. Das ist geil. Somit haben wir direkt Ausbildungsentschädigung. Ja, die zahlen wir, Junge. Scouting abgeschlossen. Stufe 2. Chillig, Bruder. Stufe 2! Scoute mal weiter. Das ist geil, Chad. 17 Jahre, du kommst da rein, du machst das. Hast du verstanden? Herzlich willkommen und Team Statistikversprechen. Bam! 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 Und 63, Abfahrt. Der spielt bei Barcelona in echt. Ja, das dachte ich mir. Aber das ist stark. Das war überragender Transfer jetzt. Mit dem man nicht rechnen konnte, weil das ist immer schwer, wenn du Jugendspieler ein Angebot machst. Und ich glaube, ich habe bei dem sogar drei Jahre, ne? Ne, zwei. Wieso habe ich denn nur zwei Jahre, Chad? Können wir verlängern direkt? Schade. Ist aber Peru und nicht Kanada. Ja, irgendwann wusste ich wusste, ich dachte Kanada, Peru, irgendwie sowas, aber ist halt USA, Peru. Egal, ob es sei, der kann Spanisch. Der Rest juckt nicht. Stimmt, ist drei Jahre sogar. Ist sogar drei. Sorry, Chad. Ist doch drei. Drei Jahre ist gemütlich. Bis dahin sollten wir irgendwann eine Möglichkeit haben, mit dem zu verlängern und wenn nicht, wird der die Cash kauft. Vom Barcelona kommt der Mann. Ja gut, somit könnten wir eigentlich noch einen Keeper abgeben, würde ich sagen, oder? Wir haben nämlich hier noch einen rumhüpfen. Was ist der mit dem? Du hast auch ein Gegentor kassiert, das hat mich nicht überzeugt. Wo ist der hier? Können wir den abgeben? Ach, der kostet halt nichts. Ich verkaufe den trotzdem, Chad. Was können wir hier kriegen? 150? 200 könnte wahrscheinlich zu viel sein. Wir probieren es mal. 135. Ist halt die Frage, wer nimmt den? Da müssen wir wahrscheinlich schon ganz weit runter hier, ne? Junge, wie viele Ligen gibt es denn in Spanien, Alter? Ja, let's go. Ey, wir geben den so ab. Dann ist das so. Hier könnten wir eventuell einmal schauen, ob wir hier eine 5 kriegen. Transfer-Status ändern ist zum Verkauf, aber vielleicht kriegen wir den weg, Chad. 440? Da geht doch. 500 können wir doch irgendwie kriegen, oder? Die Pizza. Mh, irgendwie 500. 500 wären schön. 440 stackt der, aber ist nicht schlimm. So würden wir zusammen 500.000 einnehmen. Und die brauchen wir, Chad. Die brauchen wir gerade richtig, richtig dringend. Mitarbeiter. Ähm, Bauleiter, habe ich gesagt, ne? Und da vertrauen wir auf Deutsche. Deutsche, Dings. Deutsche immer zuverlässig. Kennen wir hier irgendjemanden? Ne, nicht so wirklich, ne. Da müssen wir irgendein Random nehmen. Da geben wir den Namen. Boah, das Flachter. Du hast ja gefühlt nur die hier. Ich sag mal, wenn wir eh keinen Dings kriegen, dann können wir einen Spanier nehmen. Wir sind ja nun mal auch ein spanischer Verein, spanische Liga so. Auf gewissen Positionen können wir ein bisschen Schakalaka machen, aber das hier kennt man ja eh keinen. Holen wir uns hier einen Spanier. Der hat auch die besseren Connections im Land, weißt du? Für gute Firmen, die billig machen und ohne Rechnung und so. Guck mal hier. Xavi Martinez, Alex. Das ist der Bruder von denen. Gabriel Diaz. Spar nicht an der falschen Arbeit. Bauleiter geht ja nur darum, dass der uns das Dings ein bisschen beschleunigt einfach, ne? Äh. Hier die Bauzeit einfach. Wir kriegen gleich noch mal 500 Teile. Das ist ein Problem, wegen Fanheudung. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen gerade. Ob wir den ziehen können? Ich lass das erstmal hier. Martinez wird auf jeden Fall nicht fit sein. Vielleicht ein bis zwei schlechte für die zweiten holen. Die können wir erstmal lassen, weil Fokus ist natürlich erstmal jetzt auf Erste. So, Thunderfahrt war ein bisschen... Ach, schon, haben wir jetzt gemacht hier. 440. Da jetzt keinen Bock nachzuverhandeln und dann bricht das alles ab hier. Wäre es nicht sinnvoll, die verletzten Spieler noch anzuzeigen? Yes, auf jeden Fall. Ich wusste nur nicht mehr, was wir da drin hatten. Müssten wir aber hier machen. Ist halt formieren. Aber sollte man ja dings... Ich sitze ja nicht die ganze Zeit so. Senkrechtstarter. Die haben wir hier. Wisst ihr, Chat, ob wir das Handy weg hatten? Wisst ihr das noch? Oder ob das Handy da war? Das weiß ich nämlich nicht. Manager-Info, Manager-Status? Was ist das denn? Ach so, Fan-Beliebtheit hier und so, ne? War auch mal drin lassen. Wir könnten hier noch den Baufortschritt reinmachen. Der reicht ja, wenn der über mir ist, aber dann wissen wir ungefähr, wie weit wir da sind. Wo ist das denn hier? Gebäude im Bau. Das mach ich mal hier in Chat, ne? Nur damit wir mal wissen, wenn wir ausbauen. Das ist ja nicht so wichtig. Wir hätten noch eine Sache, die wir nehmen könnten. Was ist denn hier alles auf dem Transfermarkt, Alter? Da stehen halt Namen, die wir uns nie kaufen können. Sollen wir das hier drin lassen? Die letzten sechs Spiele so. Hier oben ist Sieg. Unentschieden Niederlage. So ein bisschen einfach nur. Zum Gucken. Ja stimmt, für die Wetten ganz gut, wie gerade so die Tendenz ist, ne? Dann könnt ihr hier immer sehen, sag ich mal, wie das letzte Spiel so ausgegangen ist. Dann können wir das so machen. Dann passt das. Ich schiebe das hier nach oben. Hier zwischen. Wir machen das so, Chat. Wir schalten ja immer mehr frei hier. Ich finde den gerade aber erstmal nicht verkehrt. Wo konnten wir denn hier Tischdeco machen? Hier. Ja, wir können hier mit ein bisschen arbeiten, mit dem Schal und so. Was haben wir denn hier noch? Ah, guck mal, da ist alles noch nicht freigeschalten hier, ne? Was soll das denn hier sein? Christbaumkugeln oder? Ich finde den Background, das passt erstmal so. Ich finde, das sieht gut aus. Mit diesem Rad, äh, mit dem Rad. Radio wahrscheinlich mit dem Rasen hier und so. Ich finde das kann man machen. Man sieht die Farbe des Schalswild für Unglück so, ist ja, ist ja nochmal Deportivo. Blau und Weiß, ein Leben lang. So, Martinez muss raus. Boah, gehen wir mit dem Jungspund hier rein? Chat, Jung oder Erfahrung? Navarro mit 69 oder Barzia mit 64? Jung, aber nicht zentral. Wir können den, warte mal, ich weiß, wie wir das machen. Wir machen das so und lassen den hier spielen. Dann geht Sanchez, weil der mittlere Chat, auch für euch schon mal, der geht immer mit nach vorne. Bei Ecken geht der mit nach vorne. Wann hat der den Kopfball, der Bruder? Sprungkraft? 55? Perfekt, gute Wahl. Ich will es auch gerade nicht sehen, ne? Hier, Kopfball, Prezi, 65, gute Entscheidung. Egal, das wird funktionieren, Chat. Believed. Zum Start müsst ihr erst mal schauen, wo wir stehen. Also das Team ist wie gesagt echt gut für die Dritte. Fili mit dem... Hallo! Gute Entscheidung, Chat. Überragende Nummer. Das war ja wohl nichts. Scheiße, ey, Zalva Cevila, was machst du denn da? Wie sieht das denn hier aus? Wir haben überhaupt keine Chance. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Das will ich jetzt sehen. Mörschel, komm schon. Abwehr ist eine maximale Vollkatastrophe. Mittelfeld auch nicht geil, Alter. Ich werde nochmal ein bisschen versuchen, dass wir hier über Mittelfeld was geschissen kriegen. Bei den Stürmern kann es nicht liegen. Kann es nicht liegen! Noch ein, let's go, Mörschel! Winning Mentality! Da sind wir doch! Mörschel gebracht! Zappadou, der macht direkt einen! Und den haben wir auch gebracht, irgendwie, oder? Pablo Chakalaka! Und van Heudong wieder einen Doppelpack! Da sind wir doch! Geile Nummer! Geile Nummer, Chat! Aber wir sind trotzdem nur Zweiter, ne? Die Gegentore halt, das war halt scheiße, Junge! Mörschel! Und Heudong, geil! Geil, 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 geil! Kochen bedankt sich! Torwart keine gute Form gemacht da, ne? Wahrscheinlich aber auch, weil die Abwehr ihn im Stich gelassen hat. So, was hatten wir hier? 440, glaube ich, ne? Bielefeld, perfekt! Die Zweite hat auch Fresse gekriegt! Der wechselt! Das ist alles gescheitert hier! Denkt es auf seiner, auf der Zeit, die muss er das rechts außen gute Fortschritte machen könnte, wenn er verstärkt folgende Fähigkeiten trainiert, Flanken! Ja, macht er da, Junge, oder nicht? Er muss erst mal rechtes Mittelfeld trainieren, Junge! Kochen bedankt sich, Mannschaft der Woche! Guck mal, Chat, den haben wir gebracht! Guter Mann! Lupt der Lachsdok! So, Havi ist wieder da, wichtige Nummer! Wir nehmen ihn jetzt hier raus! So, ne? So hatten wir das, glaube ich! Heudung stark! Mach weiter so! Wobei ich kotze im Strahl, wenn wir den nicht ziehen können! Wenn der jetzt auf einmal, keine Ahnung, 20 plus Tore macht und wir können den nicht ziehen, wäre auch scheiße! Wir leben in einer Simulation! Ich spiele mit Intergrade in der FM in 10 Jahren gegen Komo und die haben den Kochen im Tor! Ja, der soll ja wohl auch ein richtiges Talent sein! Ja, haben einige im Chat gerade auch gesagt! Weil erste Partie von ihm war jetzt gerade ein bisschen semi, aber der Konstanzwert, der macht mir halt echt Hoffnung! Der Rest könnte eventuell von selber kommen, aber da müssen wir mal schauen! Äh, Fans! Was sagen denn die Fans? Ich bin stolz auf unsere jungen Spieler! Na gut, da haben wir nicht so viele von! Wir haben zu viele Spieler, die zwei Geld kosten, aber nichts leisten! Ich finde es gut, dass sie im Training so viel rennen müssen! Unser Manager hat es ja noch nicht mal geschafft, alle Werbebaden zu verkaufen! Mein Gott, chill doch mal, Junge! Die Saison ist zwei Tage alt! Was ist das denn für einer hier? Wie heißt der? Diego G! Diego G aus C! Mein Gott, du ehrlich! Das ist aber eingestellt hier, oder nicht? Was ist das denn hier? Ja hier, der Escobar macht das! Da legt die mal gerne gegen den Escobar an! Möcht die mal sehen, was du dann machst! Hätte ich mal nicht so eine dicke Fresse gegen! Das passt aber hier! Überwacht Stadion, Infrastruktur, das ist halt für, äh... Äh, nee, hier nicht! Infrastruktur war das, glaube ich, ne? Der achtet ein bisschen hier drauf! Es gab Beschwerden wegen der geringen Anzahl an Toiletten! Ja, Junge, dann mach doch mal mehr Klos hierhin! Hast du nicht auch in drei Wochen Wurzeltag? In drei Wochen? Doch, ist ja schon Februar, ne? Ja, tatsächlich! Hab ich vergessen! Ich vergesse meine Geburtstag immer, ne? Irgendwann bist du so in so einem Alter, wo du dir denkst, Geburtstag... Boah, ja, weiß ich nicht! Steht das da immer, ja? Ja gut, du weißt ja nicht, wenn da auf einmal Leute sich ein Ticket holen, die alle Durchfall haben, dann hast du halt zu wenig Klos, ne? Kannst hinstellen, wie du willst! Petkovic nach Gladbach! Hatten wir den nicht auch mal, Chad? Komm, wechsel! Jawohl, der ist auch weg hier! Haben wir nochmal ein bisschen Geld bekommen! Braga, gerade auf dem Weg, Eintorfen rauszukicken und Marseille hat Glasgow rausgeballert! Assan ist auch gewechselt für zwei Millionen! Da bin ich ja mal drauf gespannt, ne? Wie Schalke abschneidet! Wir können mal so gegen Ende der Hinrunde gucken, wie Schalke steht! Das würde mich mal interessieren! Ob die Ingame auch so gut wirtschaften, wie in Real Life! Wen zocken wir denn jetzt hier? Weißat! Teruel von Bommel mal ein bisschen flanken, Junge, ne? Aber die Note von ihm ist gut! 2-7er Durchschnitt ist stark! Pro Marshall! Wir warten das Spiel nochmal ab, ansonsten lassen wir Marshall starten, Chad! Ein Spiel geben wir dem noch hier! Ey, die Vorbereitung war der halt echt gut! Trotz der 39! Alles gleich, ne? Da ist er, Junge! Bei Ecke mit nach vorne, Kopfballtor! Guter Einkauf, Chad! Sehr guter Einkauf! Gibt's noch eine andere Download-Seite als FM Zocker? Emiliano, ohne FM Zocker würde es das hier nicht geben! Also das Spiel schon, aber nicht auf dem aktuellen Stand! Und Ziviler Vorlage, Chad! Ihr habt ihn getadelt! Ne, hat er gar nicht Vorlage! Hier, der Diego hat die Vorlage gemacht! Ah, ne, der hat einen Schuss abgeliefert! Ziviler Vorlage! Van Heudong zwei Schüsse! Machen wir ein Tor jetzt da! Die Stürmer treffen ihn in der zweiten Halbzeit! Belief dran! Gleich! Wobei, warte mal, der hier kann, glaube ich... Ja! Oh! Zack! Marshall! Komm, der Barbera hat mal verdient! Hat gut trainiert, der Mann! Wir müssen die alle bei Laune halten! 1-0 ist 1-0! Marshall, Marshall, Marshall! Nota 1, Chad! Nota 1, aber keine Vorlage, nix! Aber wir sind Erster! Ja, wie gesagt, der Kader war tatsächlich halt... Wie steht Dings in Real Life da, Chad? Deportivo gerade! Ich hatte gesehen, da war vor kurzem noch Clarence Seedorf Trainer! Richtig wild! Vierter! Angelotti meldet Vollzug! Taremi unterschreibt bei Real Madrid! Wo wollen die denn ihn hier? Guck mal, guck mal! Weitermachen! Du bekommst... Ach, den müssen wir auch verlängern, Chad-Scheiße! Ja, den müssen wir jetzt verlängern, weil der Marktwert... Das ist halt ein bisschen Kohle, ne? Ich glaube, wenn wir hier die 4% reinmachen und dem eine kleine Torprämie geben... Weil das ist halt gerade viel Geld für uns, ne? Und der ist halt erst 18! Tüten wir dem Bruder schon mal ein! Mannschaft der Woche! Pablo Vazquez! Sanchez! Oh, die ganze IV hier, ne? Er auch direkt eingewechselt, direkt Mannschaft der Woche! Und Merschel! Torprämie, was er heißt! Der kann sich für 100 Euro eine gemischte Tüte holen! Da ist halt gut! Was ist denn das für ein wilder Transfer hier? Ich meine, der ist ja nicht schlecht! Der ist sogar gar nicht mal so schlecht! Der Herrmann! Ja, sieh ja, anderthalb Sterne! Ne, unverletzungsanfällig! So, Ochoa hat verlängert! Schöne Sache! Trainingsziele! Torriecher! Antritt! Wir brauchen mal so einen Schnellen da vorne! Warte, die sieht halt aus mit Dribbling! Und Fernschüsse! Zack! Schön! Oh, das tut weh, Chad, Alter! Dass der hier... Den hätten wir, glaube ich, echt gut gebrauchen können! Was gar nicht mit dem Torwart hier ist? Na, der hat eh nicht gespielt! Aber ist gut! Ja, ja, ich weiß, dass die nichts im Sturm haben, aber dann einen Taremi zu holen, ist halt wild! Die haben halt ganz andere Möglichkeiten eigentlich, ne? Winter-Transfer-Phase wird auch wild werden, glaube ich! Wenn ich zeitlich schaffe, Chad, gibt es Sonntag dann auch noch mal eine kleine Breaking-News zur Winterpause! Je nachdem, was da so am Start ist! Aber halt nicht so... Die nicht so ausarten wird! Oh, der ist ja jetzt so teuer, ey! Der wird für weniger spielen! Er ist halt irgendwo eine Legende da bei denen, ne? Weil einer hat es ja auch gerade reingeschrieben, der hat ja auch super viel Gehalt verzichtet, um dem Verein zu helfen, ne? Ich würde auch sagen, dass wir den verlängern, Chad! Natürlich jetzt nicht um so viele Dings! Ich gucke mal, wie wir den drücken können! Weil wenn wir den halbieren, wäre das schon nice! Wir würden den eh nicht verkaufen, der würde einen Posten kriegen am Ende der Karriere! Und wir können das so machen, dann sieht das eigentlich gut aus! Ja, sicher, Torprämie 7000, wobei, wenn der die macht, dann macht der die, Chad, sei doch ganz ehrlich! Dann soll er halt Geld kriegen! Aber so? Ich finde, das kann man machen, Chad! Ja, wegen der scheiß Bonuskacke hier! Was ist, wenn ich das auf 2 mache? Mit dem dann hier irgendwie so ein bisschen... Ja, so könnten wir es machen! Wenn die das ab... Ja, so geht's! Aber den halten, das fühle ich dann schon! Und den hier jetzt... Der ist zu alt, Alter! Ja, 39, das ist... Wird der 40 noch? Nächstes Jahr noch 40! Chad, sollen wir den weiter zocken lassen? Eigentlich ja, oder? Ich meine, der hier, der ist nochmal eine ganze Enke stärker! Aber irgendwie auch... Ja, für die Zukunft könnte es dünner werden vielleicht, ne? Lassen den Jungen drin, ja! Was hat denn der Konstantwert gehabt? 73! Ne, wir müssen den spielen lassen, Chad! Das macht keinen Sinn! Merschel kommt aber noch einmal von der Bank! Weil der hat, wie gesagt, gerade im Spiel auch die Vorlage gegeben! Der hat schon 2 Vorlagen, ne? Muss man auch mal so sehen! Merschel, Tor und Vorlage! Also, die nehmen sich gerade beide nicht so viel! Gehen rein! Wir werden nicht verlieren! Wir können das gewinnen! Geht raus, Junge! Gegen den Dritten! Sidney! Aber gut eingegroovt gerade schon mal! Der hat schon wieder eine 4 hier! Komm, Merschel, Junge, mach! Mach dein Ding! Kannst halt nur beten, dass der sich nicht verletzt! Ganz klar im Drücker! Ey, aber 3er-Kette läuft gerade echt gut, ne? Junge, Van Heudong ist so eine Lebensversicherung da vorne! Wie viele Buden hat der jetzt schon? 7? Und Xavi wieder Spieler des Tages! Soll gehalten werden! Ja, normal, Junge! Aber ich hätte auch Bock auf so einen Sergio Escudero! Aber der kann ja, glaube ich, auch nur Linksverteidiger, ne? Robin bedankt sich! Jetzt bedanken sie sich hier erstmal alle, weil ich guter Trainer bin! Der hat Bock hier, ey! Schon wieder genetzt! Mach mal weiter so! Ist schön! Weiter Tore machen für Aufwertung! Eigentlich hat er heute auch nicht die Torprämie! Ja, aber so gesehen, wenn der die Buden halt macht, normalerweise gewinnt sie an das Ding, ne? Ori Martin nach Gladbach! Ach, was kaufen die denn da ein, ey? Nikolaj Rapp nach Schalke für eine Million, hör mal! Im Spiel können die einkaufen, weißt du? Das Spiel hat gecheckt! Wir brauchen einen IV und unser ZDM ist vielleicht auch nicht die mögliche oder erhoffte Verstärkung! Meine Fresse, du ehrlich! Wie sieht der Kader aus? Möken, ich sag dir ganz ehrlich, wenn die da Scheiße mit dir machen, ne? Dann werde ich dich holen nach Deportivo! Hast du verstanden? Wenn die dich da kaputt machen! Wie groß der Kader ist, Alter! Perez unterschreibt! Nice! Depay führt hier die Dings an, La Liga und Lewandowski dahinter! Wat, 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 wat? Oh, hier ist Derby, ne? So mäßig, glaube ich, oder? Oder nicht Derby, sondern, äh... Ich glaube, Celta Vigo ist so der, der Erzfeind! Galizisches Derby, Celta Vigo, La Coruña! Ja, ja, guck mal! Haben wir kleine! Einmal kleine! Hier, Meister werden wird aber auch wild, oder? Wir müssen uns gegen Real, Atletico und Barcelona durchsetzen! Ist ja auch richtig, Lewandowski, weil er der 2014er ist mit Patch! Ja, chillig, Bruder! Haben wir mal ein bisschen Shopping-Tour gemacht hier! Aber für die konnte ich ja nichts hier! Balenciaga und so! Da kann ich ja nichts für! Der Möschel, ey, mit dem Domrep unterwegs! Äh, bisher okay, Celta Vigo! Bisher ist er okay! Okay, Noten sind eigentlich stabil! Nein, nein, Bukurama ist der ZM, oder? Nein, Junge, was machst du denn hier? Oh, Möschel auch weg! Chillig, Bruder! Gut! Nur bei zwei Wochen war der verletzt, ne? Komm mal, zwei Wochen nach oben! Den meinst du hier, ne? Das wird auf jeden Fall, äh... Für eine Rückrunde, denke ich, werden wir den mal ein, zwei Spiele auf jeden Fall mindestens gönnen da oben! Was brauchten wir noch? ZOM! Was ziehen wir denn mit hoch? Ich brauch ja nicht noch einen Verteidiger auf der Bank! Ah, überschaubar! Aber wer war er denn hier, Chad? Och, 20 erst! Wird der eine Vertragsverleihung anbieten? Ja, den müssen wir auch mitnehmen! 20 Jahre? Die kosten hier halt noch nicht so viel und du kannst dir lange Verträge geben! Und wenn halt gar nichts geht, kannst du dir halt immer noch abgeben! Wobei, wir machen drei Jahre, sonst haben wir wieder das Problem wie... Was war das in der letzten Karriere, wo uns ein Spieler einfach, der hat gesagt, ich löse meinen Vertrag auf? Wer war das, Chad? Irgendjemand hat einen zu langen Vertrag gehabt, können den Move machen! Hauen wir uns lieber Optionen rein! Wir werden uns doch letzte Karriere einfach so verlassen! Alawi, stimmt! Alawi war das! Abwehr haben wir auch noch ein bisschen was rumrennen! Der hat aber noch Vertrag! Eigentlich viel Versprechen, so bis auf den rechten Mittelfeldtypen hier! Torwart können wir auch noch mal vorsichtshalber hier ein bisschen machen! Der kann immerhin mal einen Abschlag! Herr Quintero haben wir halt keine Kaufoption, das ist halt scheiße! Also mit dem können wir halt gar nichts machen, leider, leider! Hätte ich auch gerne eingesetzt! Was ist denn mit ihm Zalva hier? Diego! Zalva Sevilla, reißer doch! So, wer hat denn hier gerade hier? Diego! Van Bommel wieder eine 4, was ist da los? 5-2, aber hier ist gerade sieht es erstmal souverän aus! Weil der Zalva Sevilla sich auch denkt, weißt du was? Ich hab keinen Bock! Gut! Gut! Läuft gut, Chad! Gerade läuft erstmal gut, ne? Oder wie war das? Zieht, ne! Ruben van Bommel! Scheiße! Mann! Dann wird der Nächste sein, der hier über eine Wupper geht! Ich dämme ihn auch mal seinen Schnupperkurs hier! Jetzt stellt sich die Frage, war das ein teurer Sieg oder nicht? Ah, das sieht schon souverän aus! Ich meine, Gegentore ist ein bisschen... Aber dafür schießen wir was! So, warte mal! Raba verletzt drei Wochen! Scheiße! Ungeil! Der fällt nur aus drei Tage! Rama ist... Ey! Was ist denn jetzt hier los? Aha! Ich will mehr Geld! Was ist das? Kursur! Was ist das, Chad? Bier? Ist das echt Olivenöl? Ha! Ja, ich mag keine Oliven! Aber für Kochen, weißt du? Komm! Ah, ne! Bin das neue Gesicht von Olivenöl! Marshall stärker! Ich meine, mit den Verletzungen ist klar, weil unsere Infrastruktur nicht wirklich in dem Bereich gut aufgestellt ist! Weiß auch nicht, was der Mannschaftsart sagt, aber Marshall ist auf jeden Fall jetzt erstmal wieder am Start! Chad, der hat einfach eine 77 gerade! Ist ja Goldtransfer gewesen, der Typ! Pérez trifft aber irgendwie gar nicht, ne? Sidney, Alter, jedes Spiel? Was ist denn mit Pérez? Machst du mit hier auch, oder? Also Van Heudong, da kommen wir nicht dran vorbei, dass wir den ziehen, irgendwie. Ich weiß gerade noch nicht wie, aber irgendwie muss 2-0, souveränes Ding, ab, wer steht. Martin ist wieder eine Eins, und das wird ein Durchmarsch, wenn ich mir das angucke, wird das ein Durchmarsch, Chad. Ui, Van der Fahrt drin! Pérez ist frustriert, da kann ich doch nichts für hören, wenn du das Tor nicht triffst. Guck dir das an hier, Chad! Ne? Hier sparen wir nochmal Vertrag, die werden wir abgeben wieder, weil die bringen uns halt nichts. Ich bin ein Fan des Valencia CF und bleibe das auch. Ja, Junge, wen juckt denn so eine Scheiße? Was interessiert mich davon, wen du Verein bist? Wie konntest du die Stärke von Martin überhaupt bekommen? Der hat ja nur eine Dings gehabt eigentlich. Der war eigentlich bei 73, glaube ich. Der hat halt in Katar gespielt, ne? Und ich musste halt 2,2 bezahlen. Ich denke mal, der spanische Aspekt hat vielleicht eine Rolle gespielt. Van Bommel noch nicht so angekommen. Ja, könnte aber vielleicht auch an der Position liegen. Ich weiß es nicht. Wir haben ja noch nie wirklich mit rechtem, linken Mittelfeld gespielt. Plus, wir müssen die auch erstmal antrainieren, ne? Da fehlen noch 2% bei ihm und 3% bei ihm, bis die wirklich dann das volle Potenzial ausschöpfen können. Aber gerade sieht das erstmal gut aus, weil die anderen dafür in die Bresche springen. Und die anderen sind gerade er hier. Er ist gerade die anderen. 10 Brunnen, Alter. Das wird aber auch über 11 Meter und so kommen, Chat. 1.000%. Weil der Freistöße 86 hat und 11 Meter. Deswegen wird der, der wird mindestens 3, 4 Tore dadurch gemacht haben. Champions League Gruppen, Chat. Real Madrid, Union Berlin, Newcastle und Paris. Weiß da denn wie eine Todesgruppe hier? Atletico, City, Braga, Lazio. Dortmund, Feyenoord, Linz und Sociedad. Dödel-Gruppe. Barca, Leipzig, Schachter und Porto. Salzburg, Inter, Bayern, Kopenhagen. Chat, irgendwie ist das so eine richtig typische Bayern-Gruppe, oder? Benfica, AC, Celtic und... Was? Ludo Goretz, die echten. Das ist hier wieder an Werpen. Manchester, Marseille. und Arsenal, Belgrad, Istanbul, Neapel. Sydney, Van Heudong. Wer fehlt denn jetzt hier, Chat? Ach, der ZM immer noch, ne? Wie lange ist der noch? Sechs Tage. Also ein Spiel auf jeden Fall noch. Van der Vaart hat's gut gemacht. Van der Vaart hat's gut gemacht. Wir werden aber denen jetzt einmal die Chance geben, dass sich alle einmal präsentieren können. Weil bei ihm haben wir steil gehen tatsächlich. Und das funktioniert... Also die Einstellungen funktionieren perfekt auf dem. mit Sturmtank noch drin, obwohl er Sturmtank ist. Das passt ja. Aber er hier irgendwie. Sollen wir mal steil gehen raus machen bei beiden? Weil von der Position kommt bisher maximal Gronix. Geht einfach raus und lange Bälle auf Van Heudong. Wobei jetzt wird Perez treffen, Chat. Perez wird jetzt ne Bude machen. Der wird noch ne Bude machen. Van Heudong, Junge. Wo bist du denn? Ich brauch dich auch mal in den wichtigen Spielen hier. So ne Scheiße. Let's go. Noch ein. Das ist die B-Mannschaft. Ne, das ist nicht dein richtiges... Aber der Jairo hat's. Der Jairo hat's gemacht. Hauptsache keine Niederlage, Chat. Wir sind immer noch in sieben Spielen ungeschlagen. Guck mal, beide Einwechslungen performt. Bin gerade auch echt am überlegen, ob wir den hier mal Stamm spielen. Ey, Junge, hat hier jeden Tag einer Geburtstag? Ey, aber der Baum sieht gut aus. Zwei rote Sachen und das ist halt Kämpfen um eine Position. Eigentlich kann er nicht sein. Der ist unser formstärkster Spieler in der Offensive und der trifft einfach nicht. Was ist denn hier los mit der Defensive? Hallo? Hätte ich mal lieber den hier aufgestellt. Sechs. Torwart ne Zwei, Alter. Bei vier Gegentoren. Muss ich richtig los. Irgendwie jetzt rankommen. Perez hat ne gute Note. Macht den Deckel da jetzt mal drauf. Zumindest für ein Unentschieden. Perez. Immerhin, Chad. Immerhin. Wir haben uns zurückgecoacht ins Spiel. Und von Bommel auch mal in der Vorlage, Alter. Das war coachingtechnisch eine Meisterleistung. Dankeschön. Ziel ist ja auf jeden Fall, den Verein wieder in der Champions League zu etablieren. Und auf jeden Fall auch einmal den Meistertitel mal wieder zu holen. Mit diesem Klub hier. Ich weiß halt nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, wenn der Torwart aus der zweiten stärker ist, wie der hier aus der ersten. Aber wir bleiben dabei, Chad. Party on my mind. Nein. Keine Viruserkrankungen. Hört doch auf. Nein. Was ist denn jetzt los? Da hat wieder irgendeiner die Seuche mitgebracht. Wann ist denn der Kanon? Die Stürmer müssen wir auch direkt nehmen. Perfekt, Chad. Mela, da ist er direkt, Chad. Nota 1, 5. Let's go. Hier auch wieder Nota 1. Geil. Ich werde aber erst mal laufen lassen, glaube ich. Salva auch mit einer 2, 5. Ja, 3, 0. Wir müssen jetzt vorne ein Tor noch. Perez oder sowas. Perez, Abfahrt. Mann. Letztens zwei Spiele, zwei Buden gemacht. Vielleicht kann der auch nur alleine vorne oder? Weiß ich auch nicht. Markus kann es einfach an der Seite bei Sofortberechnung unten in der Schlussphase anhalten. Den einfach einen Haken reinmachen. Dokumentation? Nix, da gibt keine Dokumentation. Claudia, du bist der einzige Stern im Leben, der mir lieben tut. Gut. Gut, Chad. Gut. Super. Das ist halt mit Merschel echt kacke. Dass der immer weg ist, ey. Das nervt. Das gefühlt, jedes zweite Spiel ist ja nicht da. Hm. Hm. Perez, Jumal. Was ist denn dein Problem? Wir wollen das alle mal verstehen hier. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Das wird wahrscheinlich die erste Niederlage werden hier, ne? Wenn ich mir nicht jetzt irgendwas aus dem Poppes ziehe. So, mach jetzt hier. Da ist die erste Niederlage. Gegen Gymnastik de Tijuana. Haben wir hier gegen eine Aerobik-Truppe verloren. Ich glaub' das nicht. Und schon sind das nur drei Punkte, ne? Tordifferenz ist auch nicht bei uns auf der Seite. Eine eklige Phase und wir haben Probleme. Und ein sicher geglaubtes Dingen gleitet uns aus den Händen. Aber noch sieht ja alles entspannt aus. Gab's noch andere Vereine in der engeren Auswahl? Äh. Ja, tatsächlich, was in den Breaking News auch war. Parma hab ich überlegt. Äh. Malaga war jetzt nicht drin. Ich hab Parma, Malaga und Deportivo gehabt. Aber Parma hab ich mich gegen entschieden, weil Parma zweite Liga war. Und ich Gefahr gesehen hab, dass das eventuell zu schnell vorbei sein könnte, wie das, was ich eigentlich vorhatte von der Länge. So. Und mich hat die Story um Deportivo mehr gereizt tatsächlich am Ende. War einfacher für mich mit Rheumakai. Sie sind ein super Trainer, ey. Detlef Kochen. Du bist auch ein super Spieler, wenn du nicht verletzt wärst. Alles okay. Es wird zu wenig rotiert. Leider spielen immer die Gleichen. Wer bist du überhaupt, Alter? Du hast, hast du schon einmal gespielt bei mir hier, oder? Du bist verletzt, du Bratwurst. Gebt euer Bestes. Ist hier die Van Heudong Show vorbei, oder? Ich frag mal ganz vorsichtig in die Runde. Van Heudong, weil ich dir vertraut hab. Van Bommel auf Van Heudong. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Chat, Vorschlag von mir. Gegen Barcelona 2 gucken wir uns das Spiel mal an. Wann haltet ihr davon? Gegen Barcelona 2 machen wir mal 3D gucken. Mal gucken, wie es aussieht. Da soll angeblich einiges geändert worden sein. Grafisch wahrscheinlich jetzt nicht. Ist halt schwer, ne? Aber können wir uns mal reinzählen gegen Barcelona, Junge. Wir werden weiter für Kritik sorgen, damit der Xavi da vorzeitig rausfliegt. So viel hat sich nicht geändert. Ja, aber ein bisschen was wurde ja geändert. Die können ja nicht alles ändern, ne? Das sind ja keine Spieleprogrammierer da jetzt. Aber ich finde, die Jungs... Muss man sagen, dass Union Berlin in der Gruppe auch auf jeden Fall auf Platz 1 ist, ne? Muss man auch einfach mal festhalten. Das ist ganz klar. Real Madrid Letzter. Die können nix. Naja, man muss ja einfach mal festhalten, was die da für einen Job leistet, ne? Die Jungs, Alter. Das ist schon echt... Das ist schon echt krass. Auch in der Masse. Wie viele liegen und was die alles up to date bringen müssen. Spielerbilder neu und keine Ahnung was. Heudong und Sevilla mit der Vorlage. Peres, danke schön, Chat. Beide haben getroffen. Ruben van Bommel, Chat. Jetzt läuft's doch. So, Peres. Du hast das gut gemacht. Deswegen bleibst du drauf. Van Heudong nehmen wir die Note mit. Und Mörschel bringen wir auch nochmal. Einen Eigentor nehmen wir auch noch mit gegen den letzten 4-0. Das passt. Es war nicht der letzte. Entschuldigung. Hier sind ja 20 Vereine. Im Forum gibt's auch noch ganz viele Sachen. Banner, Fangesänge, Tormusik, Vereinswimmen, ETC. Wenn mich das gleich überzeugt mit angucken, so. Für zwischendurch mal. Dann werd ich da auf jeden Fall auch nochmal schauen. Ist halt nur die Frage, ob der das übernimmt, wenn wir in der laufenden Karriere sind. Was ist denn hier real, Alter? Verkauft 9000 Dauerkarten nur. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Vielen Dank.